hallo willkommen zu einer neuen folge information express heute will ich euch meine überarbeitete seilbahn zeigen mit einer gnomistraßenbahn und mit motor ausgerüstet wie man hier unten geradezu seht dies ist ein playmobil motor wie es sie für die kirmes gab das ist jetzt die höchstgeschwindigkeit schneller kann die seilbahn leider nicht fahren aufgrund von technischen schwierigkeiten geht es nicht schneller jetzt hat sie selber in die bergstation erreicht wie man hier sieht kann wenn man die seilbahn so weit hoch fährt entsteht die seilbahn auf einmal gerade sie steht etwas anders im bilder hier sieht man jetzt noch mal aus der nahe nahe dass sich um eine gnomistraßenbahn handelt die übrigens gerade von der bergstation sich entfernt hier noch mal dass man weiß wie lange die strecke ist links im bilder meine brauerei also hier wird die seilbahn gerade langsam runter gelassen wie man hier sieht ist es ein eigenbau das untergestell umspurung von sonderspur auf h0 wie man merkt geht es auch noch langsamer hier kommt jetzt die straußenseilber noch einmal in bilder und fährt jetzt gerade oben in die bergstation ein das war's mal wieder bei uns bis zum nächsten mal und bis zu einer neuen ausgabe von information express das war's mal wieder 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 das war's mal wieder